Dominik, ich habe eine Pivot-Tabelle auf Basis eines Datenmodells und wenn ich dort einen Doppelklick auf einen Eintrag mache, dann bekomme ich ja die Datensätze, die dahinter liegen, angezeigt. Da werden aber immer nur 1000 angezeigt, obwohl da deutlich mehr drin sind. Ja, Markus, das ist deswegen der Fall, weil im Datenmodell ja ganz, ganz, ganz viele Datensätze drinstehen. Und wenn du dir dann die Details anzeigst, könnte es sein, dass es mehr als eine Million sind und das passt nicht auf ein Tabellenblatt. Dafür gibt es eine Begrenzung, aber die kann man von 1000 auch erhöhen. Ich zeige dir, wie das geht. Wenn du jetzt hier beispielsweise auf den 1,3 Millionen von deinem Zubehörumsatz einen Doppelklick machst, dann bekommst du in einem neuen Tabellenblatt die hinter diesen 1,3 Millionen liegenden Datensätze zurück. Aber nur, wenn es mehr als 1000 sind, nur maximal 1000. Wenn du nochmal ganz nach oben in deine Tabelle gehst, dann siehst du, dort steht dann auch zurückgegebene Daten, die ersten 1000 Zeilen. Und diese Grenze kannst du erhöhen. Dazu gehst du auf die Registerkarte Daten und lässt dir den Aufgabenbereich mit deinen Abfragen anzeigen. Dort in dem Aufgabenbereich wechselst du jetzt von Abfragen auf Verbindungen. Und dann siehst du die Verbindung in dein Datenmodell. Wenn du dort jetzt einen Rechtsklick machst und die Eigenschaften öffnest, kannst du unten die maximale Anzahl ändern. Die darf natürlich nicht größer sein, als dein Tabellenblatt Zeilen hat. Aber eine Million könntest du jetzt draus machen. Das würde funktionieren. Dann bestätigst du mit OK. Und wenn du jetzt auf den 1,3 Millionen nochmal einen Doppelklick machst und ganz nach unten gehst in deiner Liste, dann siehst du, du hast jetzt über 36.000 Zeilen angezeigt. Also, jetzt geht es um ein wenig. Ich bin ein wenig. So, jetzt kommt es ein wenig. Vielen Dank.